Wir wollen euch nochmal ein paar Bilder und Impressionen von unserer diesjährigen Herbsthausmesse hier bei uns in Sande auf unserem Handelsplatz zeigen. Unser Kameramann hat ein paar schöne Aufnahmen einfangen können und wir möchten uns nochmal bei allen Ausstellern mit dabei, die mit dabei waren, bedanken. An die vielen, vielen Besucher und Kunden, die uns hier an diesem Wochenende besucht haben. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, die trotz des nicht ganz perfekten Wetters wirklich sehr, sehr gut frequentiert und besucht war. Und jetzt könnt ihr ganz einfach nochmal die Bilder auf euch wirken lassen. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder und der ein oder andere wird sehen, was er verpasst hat. Auf jeden Fall schaut gerne rein in unsere Herbsthausmesse 2023. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.